Heute geht es um die am häufigsten konsumierte Droge der Welt. Seit Monaten fleht mich der YouTuber techtastisch an, ob ich nicht eine Videocollab mit ihm machen will. Er schlug mir etliche Projekte vor, welche ich alle ablehnte, weil sie nicht so gut zu meinem Kanal passten. Es ist doch klar, dass ich mit dir ein Video machen will. Du bist schließlich mein Lieblings-Bistance-Youtuber. Außerdem halte ich das Experiment. Wer von uns beiden hat die werfigere Stimme eigentlich für einen ziemlich guten Vorschlag? Letztendlich hat der Marcel von techtastisch mich dann doch überzeugt und zwar mit einem Projekt zu Koffein. Hier kommt jetzt eine Drogeninfo zu Koffein und auf seinem Kanal findet er ein Video, wo wir schauen, wie lange wir wach bleiben können. Wir sind weltweit die Ersten, die sowas machen. Falls ihr irgendwo anders was ähnliches seht, die haben es auf jeden Fall von uns kopiert. Bevor ich mit den Infos anfange, früher in der Schule haben wir uns immer über die Klassenkameraden lustig gemacht, die in der Früh schon immer direkt mit einem Kaffee in der Hand in die Schule gekommen sind. Sobald diese mit ihrem Kaffee reinkamen, alle aus meiner Reihe dann immer direkt so, Oh, erstmal einen Kaffee. Ohne den ersten Kaffee, morgen geht gar nichts. Wir haben halt so Klischee-Sprüche rausgehauen, die Kaffeetrinker so sagen. Vielleicht so als Inspiration für die Schüler unter euch, die neue Mobbing-Methoden suchen. Irgendwann haben die dann sogar später deswegen aufgehört, Kaffee zu trinken. Naja, wie soll man denn auch Kaffee trinken, wenn man sich aufgrund von Mobbing umgebracht hat? Manche Leute mögen schwarzen Kaffee, ich mag schwarzen Humor. Und schwarze Schweine... Wie wirkt Koffein? Koffeinmoleküle sind sehr ähnlich zu den Molekülen des Stoffs Adenosin. Je mehr man sich im Laufe des Tages anstrengt und arbeitet, desto mehr Adenosin wird ausgeschüttet und bindet sich an Adenosin-Rezeptoren. Diese Bindung sorgt dafür, dass die Produktion von den Neurotransmittern wie Noradrenalin, Dopamin, Acetylcholin eingestellt wird, was dann in Müdigkeit und Erschöpfung resultiert. Aufgrund der ähnlichen Struktur bindet sich Koffein nach der Einnahme an diese Adenosin-Rezeptoren und blockiert diese, sodass das Adenosin da nicht mehr hin kann und weiterhin Neurotransmitter wie Noradrenalin und Dopamin produziert werden. Dann wird dann auch der Puls erhöht und man wird wach oder wachher. Wenn die Wirkung des Koffeins nachgelassen hat, wird man dann aber oft umso müder. Bei häufigen Koffeinkonsum bildet der Körper sogar mehr Adenosin-Rezeptoren, sodass man immer mehr trinken muss, um alle Adenosin-Rezeptoren zu binden mit Koffein. Studien zeigen, dass Menschen, die zu viel Koffein trinken, ohne Koffein müder sind als Menschen, die keinen trinken. Sie müssen sich dann erstmal mit den ersten Koffeinladungen auf das Level eines Nicht-Koffeintrinkers hinarbeiten. Doch was ist zu viel Koffein? Die tödliche Dosis beim Menschen beginnt ab so circa 5 Gramm Koffein. Also halte immer Ausschau, ob du nicht aufgrund einer Koffeinüberdosis gestorben bist, denn das ist einer der ersten Anzeichen für eine Koffeinüberdosis. Was? Aber keine Sorge, 5 Gramm Koffein entsprechen so circa 50 Tassen Kaffee. Also wenn du keine Vorerkrankungen hast, ist es eher schwer, eine tödliche Dosis zu erreichen. Natürlich fangen problematische Mengen Koffein schon weit unter den 5 Gramm an. Eine Studie kam zu dem Ergebnis, dass bis zu 5,7 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht eine unbedenkliche Menge sind. Also laut der Studie kann eine 70 Kilogramm schwere Person bis zu 4 Tassen Kaffee am Tag trinken. Oder 5 Energydrinks. Für mich hört sich das allerdings aber noch nach viel zu viel an. Vergesst außerdem nicht, dass in den meisten koffeinhaltigen Getränken so oder so jede Menge ungesunde Zutaten drin sind. Das ist auch der Grund, warum ich komplett auf so ein Zeug verzichte. Bis auf Spezi schmeckt mir so oder so kein einziges koffeinhaltiges Getränk. Die Koffeinempfindlichkeit variiert aber auch von Person zu Person. Bei manchen treten schon nach nur einer Tasse Kaffee Nebenwirkungen auf. Nebenwirkungen von Koffein können sein extreme Nervosität und Unruhe, Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Verlust der Feinmotorik. So, Halbzeit. Es ist 4 Uhr in der Nacht und ich werde mir nun ein koffeinhaltiges Getränk geben. Und ihr schreibt dann in die Kommentare, ob ich ab diesem Zeitpunkt, nachdem ich das Koffein getrunken habe, irgendwie anders drauf bin oder anders moderiere. Ich wollte jetzt eigentlich einen Energydrink trinken und ja, ich konsumiere so wenig Koffein, dass der einzige Energydrink, den ich noch im Haus hatte, schon seit 2014 abgelaufen ist. Wenn es jetzt nur ein paar Monate abgelaufen wäre, hätte ich es mir vielleicht noch gegönnt, aber so ist mir das schon ein wenig zu riskant. Dann mache ich jetzt mit diesem Ding Kaffee. Kann man schon trinken. Eigentlich müsste ich jetzt anderes konsumieren. Das ist genau... So, ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das Koffein auswirkt. Weiter im Text. Wenn man sehr viel Koffein konsumiert, dann... Okay. Ganz langsam. Ganz langsam. Wenn man häufig Koffein konsumiert, können beim Entzug folgende Entzugserscheinungen eintreten. Kopfschmerzen, Übelkeit, Energieverlust, Schläfrigkeit, Verlust an Antrieb und Motivation, Reizbarkeit oder depressionsähnliche Stimmungen. Eine Nebenwirkung, die oft vergessen wird, ist, dass man zum Beispiel von zu viel Kaffee trinken, gelbe Zähne bekommen kann. Drogenforscher Markus Berger meinte sogar mal in einem Interview auf meinem Kanal, dass man von Kaffee eher schlechte Zähne bekommen kann, als von Methamphetamin. Also das heißt, wenn du reines Methamphetamin konsumierst, würdest du auch nicht mal gelbe Zähne bekommen. Nein. Von Kaffee schon eher. Ich habe auch Artikel gelesen, die es für problematisch halten, dass Koffein dem Körper eine Stresssituation vortäuscht. Koffein sorgt ja dafür, dass der Körper Neurotransmitter wie Noradrenalin in höheren Mengen ausschüttet, was er eigentlich nur in Stresssituationen macht. Die gleichen Artikel schreiben auch, dass Koffein den Spiegel des Glückshormons Serotonin senkt. Das heißt, es kann sein, dass Koffein einen zwar wacher macht, aber sich dabei gleichzeitig die Stimmung verschlechtert und man sehr gestresst ist. Tweak kann euch davon bestimmt was erzählen. Ich möchte Koffein jetzt nicht nur schlecht reden. Man hat bei Studien festgestellt, dass Koffein nicht nur wacher macht, sondern auch zu kognitiven Leistungssteigerungen führen kann, wie erhöhte Konzentration oder verbessertes Langzeitgedächtnis. Bei Sport kann es ebenfalls die Leistung steigern. Manche geraten durch Koffein sogar in einen angenehmen, euphorischen Zustand. Ich selbst habe auf Koffein auch manchmal so eine Art kleine, euphorischen Laberflash. Man gewöhnt sich an die Scheiße irgendwie echt. Ich fühle mich auf jeden Fall gerade ganz gut und aufgeweckt und in einer Konversation konnte ich bestimmt gerade viel reden, aber gleichzeitig spüre ich auch schon so eine gewisse Unruhe, was dazu führt, dass ich mich, glaube ich, öfter verspreche als sonst hier bei diesen Aufnahmen. Des Weiteren soll einem Koffein beim Abnehmen helfen können. Denn Koffein soll nicht nur das Hungergefühl reduzieren, sondern auch die Fettverbrennung steigern. In letzter Zeit wird außerdem sogenannter Bulletproof Coffee immer trendier. Das ist so eine neue Kaffeemischung, wo weitere Zutaten angeblich für deutlich mehr positive Effekte sorgen. Hat da wer von euch schon Erfahrungen damit? Bei manchen Aspekten scheint man sich noch nicht so ganz einig zu sein. Es gibt Berichte, die sagen, dass Koffein Kopfschmerzen lindern kann und es gibt Berichte, die sagen, dass Koffein Kopfschmerzen verursacht. Wenn man auf Google Koffeindepression sucht, steht im ersten Artikel nur, dass Koffeindepression fördern kann und im zweiten Artikel wird davon gesprochen, dass Koffein positive Auswirkungen auf Depression haben kann. Eventuell stimmen auch immer beide Sachen und es kommt wie so oft auf die Dosis an. Ist Koffein jetzt also gut oder schlecht? Ganz klar wird Koffein von vielen unterschätzt. Viele ballern sich täglich mehrere Kaffees oder Energydrinks rein und denken dabei nicht mal dran, dass das vielleicht ungesund sein könnte. Es ist schade, dass Koffein als Alltagsdroge völlig akzeptiert ist und die Coca-Pflanze hingegen komplett verboten, obwohl sich die beiden Drogen von dem Wirkungsspektrum nicht allzu sehr unterscheiden. In extrem hohen Dosen kann Koffein auch mit härteren Stimulantien konkurrieren. Drogenexperte Dr. Christian Rätsch hat glaube ich mal sowas gesagt wie, ja Meth wirkt ungefähr so wie drei starke Espressos. Aber wenn man Koffein jetzt mal mit den zwei anderen beliebten legalen Drogen, Alkohol und Tabak vergleicht, kommt Koffein extrem gut weg. Bei Koffein ist es für die meisten Menschen deutlich leichter in Mengen zu konsumieren, in denen fast ausschließlich positive Effekte eintreten. Ich kann euch nur empfehlen, euch meiner Koffein-Konsum-Taktik anzuschließen. Im Alltag konsumiere ich so gut wie keinen Koffein. Dadurch ist meine Toleranz so niedrig, dass wenn ich mal besonders lange wach bleiben muss, schon Kleinstmengen sehr effektiv sind. Eine Dose Mediakraft Energydrink und ich bin auf Sendung und kann deutlich länger wach bleiben. Checkt nun das Video auf dem Kanal von Tektastisch, wo wir geschaut haben, wie lange wir wach bleiben können. Spoiler, für die Hardcore-Raver unter euch wird das Ergebnis jetzt nicht so beeindruckend sein. Unabhängig vom Ergebnis ist das Video aber dennoch sehr nice. Marcel von Tektastisch hat aber auch viele andere interessante Experimentiervideos, welche dein Chemiewissen erheblich erhöhen könnten. Gebt diesem Video 5 Sterne. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal. Ich bin gerade so hart auf Koffein, Mann.